Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist ein weiterer Teil meiner Top 5 Reihe und heute möchte ich euch meine Top 5 Kinderfilme zeigen. Ja, es war tatsächlich ziemlich schwer für mich jetzt 5 Filme rauszusuchen, denn ich habe unglaublich viele Kinderfilme hier zu Hause stehen, unter anderem auch ganz viele Disneyfilme. Ich habe mich jetzt aber bewusst dazu entschieden, keinen Disneyfilm hier reinzunehmen, dazu wird es ein extra Video geben. Und ja, ich habe mir wie gesagt 5 Filme ausgesucht und wir starten dann auch gleich mal mit dem ersten. Den ersten Film, den ich euch zeigen möchte, ist dieser hier und zwar Drachenzähmen leicht gemacht. Hier geht es um einen Wikinger namens Hicks und Hicks ist nicht so der typische Wikinger und ja, es gibt in dieser Welt, also bei den Wikingern, Feinde und die Drachen sind diese Feinde. Allerdings freundet sich dann Hicks mit einem Drachen an und zwar ohne Zahn. Und ohne Zahn konnte bis jetzt halt keiner fangen, aber die zwei freunden sich an und sind dann ein Herz und eine Seele. Und gemeinsam, ja, kämpfen sie und haben Abenteuer zu bewältigen und ja, müssen gucken, dass sie beide Reiche, also einmal das Reich der Wikinger und das Reich der Drachen, ja, nicht verlieren, sondern ja, beschützen. Das ist einer der Kinderfilme, den ich schon, ich weiß nicht wie oft gesehen habe. Ich finde den unglaublich humorvoll, er ist putzig, er ist schön, er ist unterhaltsam und mittlerweile gibt es dort auch schon drei Teile. Ich glaube auch eine Serie auf Disney Plus. Ich bin mir nicht ganz sicher, die Serie habe ich nicht geguckt, aber die Filme und ich mag wirklich alle drei sehr gerne, aber der erste ist immer noch der beste meiner Meinung nach und ja, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von diesem Film, einfach weil er animiert ist, er ist spannend, er ist lustig, er zeigt, was Freundschaft bedeutet und ich finde den wirklich grandios, ein absolut toller Kinderfilm. Bei dem nächsten Film war ich mir ein bisschen unsicher, ob ich diesen Film mit in dieses Video nehmen möchte, weil rein theoretisch ist es natürlich ein Kinderfilm, aber als Kind habe ich nie so richtig verstanden, um was es letztendlich geht beziehungsweise für mich war das damals einfach ein bisschen zu hoch und mittlerweile, nachdem ich die Geschichte verstehe, ist es ein Film, den ich immer zu Weihnachten anschaue und letztendlich auch heulen muss und die Rede ist von Das letzte Einhorn. Ich glaube, fast jeder kennt diesen Film, der kommt immer zur Weihnachtszeit und hier geht es darum, dass das letzte Einhorn in einen Menschen verwandelt wird von einem Zauberer und zwar, weil der rote Stier der Feind der Einhörner ist. Nur das Einhorn ist jetzt ein Mensch und möchte eigentlich ja die Einhörner befreien vom roten Stier eben. Allerdings ist es ein bisschen schwierig so als Mensch und auch als Mensch vergisst sie immer mehr das Wesen, was sie eigentlich ist, nämlich ein Einhorn und dann kommt auch noch ein Prinz ins Spiel, der sich in sie verliebt, aber sie ist ja wie gesagt eigentlich ein Einhorn und diese Geschichte ist wunderschön, es ist total gemacht, dieser Film ist uralt, die Musik ist grandios dabei, immer wenn ich diese Musik dazu höre, ich bin dann zugleich wieder in diesem Feeling und denke mir, oh Gott. Und das ist wirklich ein Film, wo ich jedes Mal heule und das ist einfach ein absolut schöner Film. Keine Ahnung, ob es als klassischer Kinderfilm durchgeht, aber ich musste den unbedingt mit in das Video nehmen. Bei dem nächsten Film muss ich sagen, der ist wunderschön, aber als ich ihn das erste Mal geguckt habe, ich kann mich daran erinnern, der kam im Free-TV und meine Mama hat den geguckt und meinte, komm, guck mit und ich habe gesagt, nö. Und dann hat meine Mama gesagt, doch, am nächsten Tag, doch, du musst den gucken, du musst den gucken, der wird heute nochmal wiederholt, guck ihn dir an. Und letztendlich habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe den dann angeguckt und während ich den geguckt habe, bin ich dann irgendwann aufgestanden, Tränen überflutet, fix und fertig und bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, was für ein Scheiß, kannst du mich nicht bitte vorwarnen? Ich bin fix und fertig mit meiner Welt, ich habe geweint wie ein kleines Baby. Und die Rede ist von Brücke nach Therapeutia. Und für die Leute, die diesen Film nicht kennen, bitte schaut ihn euch an, auch wenn er zu Tränen rührt, er ist einer der besten Filme, den ich je gesehen habe. Ich heult zwar immer, wenn ich ihn anschaue, aber er ist einfach so schön und so fantastisch. Es geht um Jessie und um Leslie und die zwei freunden sich miteinander an und entdecken dann irgendwann Therapeutia. Und in diesem Ort gibt es wundersame Wesen und Fabelwesen, aber eben auch böse Schattenwesen gestalten, die sie aufhalten müssen. Die wollen halt Therapeutia angreifen und sie müssen das verhindern. Und die Kinder schließen sich halt effektiv zusammen und wollen halt Therapeutia beschützen. Doch dann passiert etwas, was alles verändert. Und diese Geschichte ist wahnsinnig schön. Und auch die Umsetzung, die Animationen sind toll. Die Figuren, die Schauspieler sind toll. Und die Geschichte, was die einem mitgibt, ist auch so, 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 so wichtig. Und ja, ich liebe diesen Film wirklich unglaublich. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Einen Kinderfilm, den ich tatsächlich fast genauso oft, wenn ich sogar öfter geguckt habe, wie manch Disney-Film, ist dieser hier. Und ich bin ein absoluter Fan. Die Schwanenprinzessin. Kennt jemand noch die Schwanenprinzessin? Wenn nein, bitte guckt ihn oder zeigt ihn euren Kindern. Ich finde die Schwanenprinzessin klasse. Es geht hier um Odette. Odette ist eine Prinzessin und die soll den Prinzen heiraten. Allerdings gibt es dann einen ganz bösen Zauberer und zwar Rotbart. Und Rotbart verwandelt sie in einen Schwan. Und gemeinsam mit ihren drei Freunden einmal den französischen Frost Chimpot oder Chimbob. Chibob? Ja, ich glaube Chibob. Chimbob. Ich bin mir nicht sicher. Und dann noch die Schildkröte Speedy. Die ist zwar total langsam, aber er heißt Speedy oder Speed. Und dann noch einen Vogel oder Papagei namens Puffin. Und die drei Freunde und sie versuchen eben gegen den bösen Rotbart anzukommen, ihn zu besiegen. Sodass im Endeffekt Odette wieder ein Mensch sein kann und ihren Prinzen heiraten kann. Und ich liebe diesen Film. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Film liebe. Wie oft ich den geguckt habe und wie grandios ich diesen Film finde. Es gibt auch mehrere Teile davon. Ich habe nur den, leider. Ich möchte die anderen Teile auf jeden Fall auch noch haben. Allerdings ist es so, dass oftmals die Tonart, also die Synchro nicht mehr, die Original-Synchro ist. Und deswegen habe ich die Filme dann auch wieder weggegeben, weil ich die Original-Synchronisierung haben möchte. Und ja, eine ganz, ganz große Empfehlung über Freundschaft, über magische Wesen und Zauberei und trotzdem Liebe. Und trotzdem gibt es da eine Prinzessin und einen Prinzen und ein Schloss. Und es ist so, so toll. Ja, und dann kommen wir zum letzten Film, den ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das dieser hier, die Spider-Wicks, die Geheimnisse der Spider-Wicks. Und da geht es darum, dass eine Familie in ein neues Haus einzieht. Und dann entdeckt einer der Geschwister ein Handbuch von dem ehemaligen Arthur Spider-Wick. Und ja, in diesem Buch sind magische Geschöpfe und Geheimnisse verankert. Und dieses Buch versuchen die Geschwister eben zu beschützen. Und es ist unheimlich cool gemacht. Ich finde den Film richtig klasse. Es ist ein richtiges Abenteuer. Es ist richtig spannend. Ich fand die teilweise sogar gruselig, als ich das das erste Mal geguckt habe. Ist auch schon ein bisschen älter. Basiert aber meines Wissens nach auch auf einem Buch. Das habe ich nicht gelesen. Aber ich finde den Film einfach grandios. Und ich kann euch wirklich jeden dieser Filme wirklich nur ans Herz legen. Ich finde die alle spitzenmäßig. Und ja, das war es dann jetzt auch mit meinem Video zu meinen Top 5 Kinderfilmen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir in den Kommentaren doch mal rein, welche 5 Kinderfilme ihr zum Beispiel total toll findet. Oder ob ihr einen der Filme schon kennt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis bald. Und ja, wir sehen uns flagship. Wie Tenemos dieses Video. Ich würde mich sehr be Nada zu hören. Bis zum nächsten Mal.